Die Mehrzweckhacke Iltis dient zur Pflege der Spargelanlage vor und nach der Ernte. Durch seine Bauart ist der Iltis vielseitig einsetzbar und bietet viele Vorteile für den Spargelanbauer. Der Iltis besteht aus einem Trägerrahmen und drei Hackrahmen. Die Hackrahmen sind über Bolzen am Träger befestigt. Jeder Hackrahmen ist mit großen Federzinken und einer Walze ausgerüstet. Hinter dem Iltis lässt sich ein höhenverstellbarer Markierungsdorn anbringen. Der mittlere Hackrahmen lässt sich hydraulisch um 60 cm in der Höhe verstellen. Dies erlaubt die Anpassung an unterschiedliche Dammhöhen. Die Federzinken lockern den Boden sehr gut auf. Durch die Verwendung von Federzinken bleibt der Boden grob strukturiert. Es bildet sich keine verfestigte Frässohle und Luft wird eingetragen. Diese reduziert die Berostung und den Befall des Spargels mit Fusarium. Durch das Einarbeiten von Kalisalz wird dieser Effekt noch verstärkt. Die Krümelwalzen zerkleinern Sandbrocken und hinterlassen eine lockere Oberfläche. Mit dem Dorn wird eine Markierung gezogen, die es ermöglicht, die Spargelreihe auch nach längerer Zeit noch wiederzufinden. Der Iltis kann sowohl zur mechanischen Unkrautbekämpfung, zum Dämmen der Spargelreihen als auch zum Einarbeiten von Spargelkraut eingesetzt werden. Der aufgelockerte Boden trocknet besonders gut ab. Der Zeitaufwand für das Aufdämmen reduziert sich ebenfalls, da der Boden bereits vorgelockert ist. Der gut durchlüftete Boden sorgt für eine bessere Spargelqualität. So macht sich die Spargelecke Iltis in kürzester Zeit bezahlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017